Der Mai ist da und abgesehen davon, dass hoffentlich nun endlich das Wetter ein bisschen besser wird, gibt es natürlich auch wieder eine ganze Menge Serien-Neustarts in Deutschland. Und welche das sind, die werde ich euch jetzt hier im Video vorstellen. Ich werde euch nicht mit allen möglichen Neustarts belästigen, sondern habe mal fünf der interessantesten rausgesucht. Und der erste ist direkt eine komplett neue Serie, die hier erstmals in Deutschland anläuft, und zwar From Dusk Till Dawn. Das Ganze basiert auf dem bekannten Film mit dem gleichen Titel, in dem es um zwei Brüder geht, die eine Bank ausrauben und auf ihrer Flucht nach Mexiko in einer Absteige landen, die letztendlich von Vampiren heimgesucht wird. Klingt schon mal ziemlich abgedreht, ziemlich wirsch und vor allem auch ziemlich brutal. Und genau so soll die Serie auch sein. Es gibt schon einige kritische Stimmen, die sagen, hey, wir haben doch schon den Film, warum muss man das gleiche, die gleiche Geschichte noch einmal als Serie machen? Und wo soll das eigentlich hinführen? Weil, ja gut, dann macht man da halt vielleicht fünf Folgen draus und dann, was kommt noch? Ich kann es verstehen, ich bin auch ein bisschen skeptisch, bin aber trotzdem sehr gespannt drauf. Und kann euch sagen, die Serie startet am 4.5. auf RTL Crime. Weiter geht es mit der Serie Marseille. Auch hier läuft dann die erste Staffel in Deutschland an. Das Ganze ist so zu verstehen wie die französische Version von House of Cards. Es geht hier um einen Bürgermeister, der schon seit 25 Jahren in seinem Amt sitzt. Und es gibt einen jungen Konkurrenten, der machthungrig ist und vor nichts zurückschreckt. Dieser alteingesessene Bürgermeister muss sich jetzt also gegen diesen neuen, jungen Konkurrenten durchsetzen. Und das Ganze wimmelt natürlich nur so vor Intrigen und, ja, politischen Machtspielchen. Die Serie startet am 5.5. auf Netflix. Polit-Serien scheinen im Moment einen riesen Boom zu haben, denn tatsächlich gibt es im Mai direkt noch eine, und zwar Babylon. Das Ganze ist nicht nur eine Polit-Serie, sondern auch gemischt mit Action und Drama und Polizeieinsätzen. Hier geht es nämlich um die Polizei in London. Diese ist natürlich auch immer wieder den politischen Entscheidungen von oben irgendwie untergeben. Und genau darum geht es. Und diese Problematik hier zwischen selbstagierender Polizei und Politik, die auf sie einwirkt. Und die Protagonistin in dieser Serie ist Liz Garvey, die zwischen Politik und Polizei steht und mit beiden immer wieder versucht zu kommunizieren und die Probleme zu lösen. Die Serie startet am 10.5. in Deutschland auf dem WDR. Weg von den Neustarts hin zu den weiterlaufenden Serien. Am 13.5. startet auf Sat.1 Emotions die dritte und letzte Staffel von Hannibal. Weiter geht es mit dem Psychiater Hannibal Lecter und dem FBI-Agenten Will und ihr perfides Spielchen, was sie miteinander treiben. Wer die ersten beiden Staffeln noch nicht kennt, der wird jetzt auch mit der dritten und letzten nichts anfangen können. Wer die ersten beiden kennt und auf die dritte schon sehnsüchtig wartet, der wird wissen, danach ist Ende, obwohl die Geschichte noch nicht wirklich zu Ende erzählt ist. Und ja, es eigentlich noch so, so, so viel mehr aus diesem ganzen Universum zu erzählen gäbe. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren mal verraten, wie ihr dem ganzen entgegenblickt. Seid ihr eher sauer, dass es jetzt einfach vorbei ist? Oder sagt ihr, okay, es waren drei gute Staffeln, dann hoffentlich jetzt nach Abschluss der dritten in Deutschland. Und dann ist es auch okay, wenn es vorbei ist. Lasst es mich hier in den Kommentaren wissen. Ebenfalls in die erste Staffel in Deutschland geht Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. Das Ganze wird jetzt erstmalig ab dem 10.05. im Free-TV auf RTL 2 ausgestrahlt werden. Es ist, wie man es von Marvel nicht anders kennt, eine Action- und ja, Superhelden-Serie. Wobei es hier keine Superhelden in dem Sinne gibt, dass da wirklich viele Leute mit besonderen Fähigkeiten drin vorkommen. Denn es geht hier halt um die Agenten von S.H.I.E.L.D. selber, die ja meistens eigentlich ganz normale Menschen sind. Diese haben nun eine Gruppe aufgebaut, die sich mit den verrücktesten und merkwürdigsten Fällen auseinandersetzen muss. Und als Zuschauer begleitet man diese dabei. Das sind die fünf interessantesten Serienstarts im Mai. Ihr könnt mir ja mal verraten, ob ihr irgendeine dieser Serien gucken wollt, hier in den Kommentaren. Ansonsten verlinke ich euch hier oben auch nochmal meine anderen Serienvideos mit Neuigkeiten aus der Serienwelt. Da gibt es super spannende Sachen, was demnächst in die Produktion geht. Und ansonsten sehen wir uns halt im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut und schaut was Schönes. Ciao!